Ja, und dann konnte man mich einfach wie ein Dummy einfach wegschlagen. Das ist manchmal echt nervig, wenn du da drin stecken bleibst, weil eigentlich macht das keinen Sinn. Ja, und dann konnte man mich einfach wegschlagen. Ja, und dann konnte man mich einfach wegschlagen. Ja, und dann konnte man mich einfach wegschlagen. Hier ist noch einer dahinten. Man kann ja auch mal Noscopes ganz kurz versuchen. Einmal Noscop, aber dann hört der Spaß auf. Egal. Trotz suchen. Das sind witzig. Ich habe immer Bock, ein bisschen zu trollen manchmal. Ich bin Troller, sein Vater. Ich zau jede Sache von Cifio. Nicht so schnell, Bro. Ja, das ist gut. Oh! Oh! Das war so close! Oh, Bandagen. Ich bin fast auf. Kein Flapp, okay? Keine Flapp, okay. Keine Flapp. Oh, dann kann ich mir Bandagen gehen. Alter, was ist es noch? Alter, voll, Alter! Okay. Es wäre immer geil, wenn man beim, also hier hin, Wände bauen könnte. Aber so, wenn du Wände dann bauen willst, dann dauert das Doppelte der Sekunden. Oder das, oder das, die Hälfte von den Sekunden. Ist eigentlich ganz geil. Zum Beispiel beim Mad Kid 15. Das wäre, und wenn du dann bauen kannst. Ist eigentlich ganz geil, wenn das so wäre. Aber man könnte, man könnte sich Bandagen tanken in 5 Sekunden und dabei bauen. Ist eigentlich trotzdem ein, ich will nicht mal eine gute Idee. Da, man kann ja trotzdem noch da rausgehen. Ist ja wirklich. Und dann brauchst du halt ganz wenig langsamer als normal. Das finde ich eigentlich wäre eine gute Idee. Ich höre hier Sniper, aber wo? Ich habe gerade ein schweres Sniper geschossen. Gesehen und gehört. Da. 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 Der war so lucky. ALTER! Warum machen die so Auge? Och, Mandagen. Perfekt, Bro. Die spielen jetzt ALLE John Luke Spitzhacken. Ich wollte eigentlich nicht die Trap dodgen. Ich wollte ihn den Gegner umbringen. Habe ich mich bewegt? Und dann habe ich die Falle einfach gedodcht. Alter, wie lucky! LUCKY! Alter, wie lucky einfach! Lucky the dog, man! Okay. Ja, ich wollte einen Tag durch. Ich werde einen Tag durchsuchen. Ich habe einen Tag durchsuchen. Ich habe einen Tag durchsuchen. ach, aus ein bisschen Lanneweile kann man auch editieren, Bro. Auch aus ein bisschen Lanneweile. Bisschen Lanneweile, Mann. Oh, jetzt reicht's. Hier war ich gerade eben. Ist das ein Gegner? Nee, das ist Holz. Digga, das sah von hier aus fast wie ein Gegner, Mann. Alter! Ach, nee. Jetzt doch kein Bogen! Nein! Digga! Scheiß Bogenspieler! Ich werd's dir zeigen, du Scheiß Bogenspieler. Ich bin richtig sauer auf diese Scheiß Bogenspieler. Ich hasse Bogenspieler. Ich hasse Bogenspieler. Das ist so sehr Bogenspieler, dass ich sie ins Gesicht hauen will. In real life. Das ist so lucky von ihm. Hier ins Gesicht, wo? Wie Nervensäge. Mit deinem ekligen, scheußlichen und scheiß Bogenspieler. Da oben ist die schlimmste! Allerschlimmsten, der schlimmsten, der schlimmsten, der schlimmsten, der schlimmsten, der schlimmsten Waffen der Welt. Was machen hier eigentlich zwei Büsche einfach nebeneinander? Ach, ich hasse Bogenspieler. Das schlimmste Spiel an der Welt. Irgendwelche Bogenleute, die einfach nur auf den Boden zielen müssen. Schaden auszurichten, das hasse ich. Das ist immer das Schlimmste. Die Bogenspieler. Wangen ein an. Sie hatten einen. Das sind jetzt verste safely. Die Musikverzer Niin, der hole etwas passiert. Wenn ich's Instead. Denken Sie. Nein. Die Musikverzer Teule magazine. Das war's. Ach, Tommy Gunn. Beste Waffe. Wenn der Gegner gerade gestressig ist, ist das die beste Waffe, ich schwöre. Wenn der Gegner gestressig ist und diese Waffe kommt, der baut, der baut, der baut. Aber es ist dumm, die ganze Zeit zu bauen. Du musst dich rauseditieren von dem Scheiß. Das bringt dir nichts, die ganze Zeit gegen Tommy Gunn zu bauen. Man muss dich schon rauseditieren. Man kann dich einfach die ganze Zeit gegenbauen. Die funktioniert nicht. Der trifft dich halt zu 100%. Einmal. Mindestens. Einmal. Kann auch mehr sein. Nein, scheiß Sohn. Kacke. 111 Meter ist das hoch. Ich will mir doch mal nur was angucken. Und jetzt wieder hoch. Ich weiß es doch. Kugeler. Ich hole dich bald wieder, Kugeler. Wir sehen uns später. Oder ich hole dich jetzt. Ich hole dich einfach jetzt. Ich komme mit Kugeler. Und wie es auch perfekt ist, du hast eine Pyramide mit Absicht gemacht, kann ich mich einfach daraus drücken. Du bleibst hier jetzt schön hier. Hier drin. Hier kannst du trinken. Und ein bisschen was. Sorry, ich wollte das trinken. Kugeler. Sorry. Ich hole dich. Das war's. 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 Das war's.